Hallo Excel-Freunde, Lars hier von it-zeugs.de und in diesem kleinen Excel-Tutorial zeige ich dir erstmal das Ergebnis und zwar habe ich hier eine Inventarliste. Stell dir vor, die Nummern, die werden auf PCs geklebt in der Firma und nun möchtest du eine Liste, wo du erfasst, was für ein Gerät hier Schreiben wir mal auch drüber Gerätetyp hinter der jeweiligen Nummer steht und da möchtest du solche Auswahlmöglichkeiten. Also du kannst hier vordefinierte Werte auswählen, sodass du nicht immer das Neu tippen musst und das Problem ist ja, gerade wenn verschiedene Leute daran arbeiten, die geben es dann irgendwie einmal Mac, Mac-Gerät, Mac-Notebook ein und dann ist es nicht einheitlich und du kannst es schlechter auswählen. Wie stellt man jetzt so eine Auswahlmöglichkeit, heißt englisch Dropdown her? Das zeige ich dir jetzt. Ich mache dazu eine neue Datei auf und jetzt fangen wir hier wieder an. Inventar, Nummer, hier schreiben wir Gerätetyp und du erinnerst dich vielleicht noch an ein altes Video. Ansonsten sage ich es nochmal kurz, um so eine Liste zu machen, kannst du die ersten zwei Werte vorgeben, diese markieren und dann hier bei dem dicken Punkt das Ganze nach unten ziehen. So, und jetzt brauchen wir die Auswahlliste, also englisch Dropdown. Dazu machen wir ein neues Blatt. Dann gehen wir hier die Werte ein. Macbook, Mac, PC, Note, Book, Win für Windows, dass es nicht zu lang wird. Wir wechseln wieder hier rein, markieren den Bereich, wo die Dropdown-Liste erscheinen soll, klicken auf Daten. Dann gehen wir zur Datenüberprüfung, klicken hier bei Gültigkeitskriterien auf Liste, bei Quelle klicken wir auf den Pfeil, wählen jetzt unsere Werte auf, aus natürlich, Enter, bestätigen, ja und schon geht es los. Gerätetyp, Macbook, Macbook, PC, Notebook, Mac. Genial, oder? Das war auch schon das Video zu dem Thema. Ich freue mich wie immer über Likes und Abos und wir sehen uns ansonsten im nächsten Video. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank.